Ich grüße dich herzlich. Ganzheitliche Reinigung ist ein Übergang zum ganzheitlichen Veränderung. Viele Menschen kennen mich, ja. Ich habe schon Programmen, Bücher und Systeme euch vorgestellt und ihr könnt das gerne zu Hause machen. Ich möchte hier noch vielleicht Klarheit stehen, wieso ganzheitlich nochmal führt zum ganzheitlichen Veränderung. Ganzheitliche Reinigung bedeutet, ich reinige meinen Körper, meinen Geist, meine Umgebung und meine Anstellung, meine Verantwortung. Und das verändert alles. Das verändert meine finanzielle Welt, das verändert meine Familienwelt, was bedeutet meine Persönlichkeit, also individuelles Wesen, das verändert meinen physischen Körper, das verändert alles. Weil, wenn du einfach ganz andere Neuhandlungen bringst in deinem Wesen, läuft ganz auf einen neuen Weg. Und du wirst erleben, ganz andere Dinge. Und das ist nicht nur Plusreinigung, das ist Lebensstil, das ist Umstellung, das ist Umstellung vom Ernährung, Umstellung vom Wahrnehmung von dir selbst, von dir Wesen. Und das ist eine Bewusstseinsverantwortung, die du zuvor vielleicht nicht hattest. Und deswegen, ich möchte nicht, dass die Menschen nur Darm und Leber reinigen. Was bringt dem das? Naja, für kurze Zeit Erleichterung, aber danach nichts, nichts Größeres Veränderung. Ich möchte nicht, dass die Menschen nur Parasite ausleiten. Nur und, kommen neue, wenn dir nichts verändert. Ich möchte nicht, dass der Mensch einfach vielleicht lässt das oder jeniges und geht auf Vegetarismus. Wenn der Todennahrung ist, dann bleibt er bei allem. Nur Plus, nicht so viele Giftstoffe, aber die sind trotzdem, sind nun Giftstoffe da und darum es geht. Verstehst du? Ganzheitliche Reinigung bringt dich langsam zum Wahrnehmen, Verantwortung und zum einfach Erkenntnis, dass es ganzheitlich muss man machen. Nicht nur portionsweise oder auf einem Eck etwas ändern. Gründlich, alles, raus und neu rein. Also, mir jedenfalls findest du mein Buch auf Kursen, geh mal auf die Webseite. Wir starten jetzt neue Webseite. Ich bringe ganzen, sag mal, ich versuche ganzen Wissen. Ich bringe natürlich nicht, ich schaffe immer acht Tage, das nicht zu machen. Aber in Fastenwochen, ich versuche die Menschen dazu zu bringen, dass die in sich glauben. Darum geht es mir. Und ich freue mich immer, neue Menschen kennenlernen, weil das sind die göttlichen Schöpfer, das sind Meister. Und da gehen so große Menschen raus. Wow, die strahlen. Ich danke euch dafür. Alles Liebe, ciao.